Hallo zusammen, wir sind hier in Grün und Bodenstrasse, ein Quartier in Zelln. Sommerserie 5. gedeilt, mit einer Gartschar Kind. Wir haben heute einen speziellen Wettbewerb gepackt, am 1. August natürlich mit der Haarbrust. Wer hat gewonnen, das sehen wir jetzt. Ist gut, ich muss noch nicht ziehen. Jetzt ist gut. Woh! Woh! Ja! 1, 2, 3 ... 1, 2, 3 ... 1, 2, 3 ... Sie sind auch Siegerin, ja? Jetzt noch einen Teil in der Gemeinde. Einen Hübschütz. Das ist gut. Ich habe aber noch nie einen Hübsch, ja? Das ist gut. Ich, Lilny, habe den Wettbewerb gewonnen. Aber danach hat mich leider der Pettel geschlagen. Dafür habe ich eine Überraschung bekommen. Und zwar durfte ich auf einen Ohrbeer schiessen. Und er hatte jemanden auf dem Kopf. Das hat Spass gemacht. Das hat Spass gemacht.